Die Revolutionäre Krieg, könnte es? Oder die Krieg auf Rosen? Auch die Krieg auf Rosen? Es scheint, als hätten sie ihn ins Museum gefunden. Und irgendeinen hat man noch eingesammelt. Ah hier, der Konfordiertengeist. Oh Gott. Klasse 4 Schemen. Diese Geister, die für Point Dexters Partisanenranger kämpfen, waren so sehr mit Leib und Seele auf den Kampf konzentriert, dass sie gar nicht merken, dass er mit ihrem Tod endete. Sie waren darauf gedreht worden, um jeden Preis den Regimentsbanner zu folgen und als sie die zerrissene Flagge ihren Weg ins Museum fand, folgten ihr die Männer ebenfalls dorthin. Unglücklicherweise trafen sie dabei auf andere Geister, die der Union gegenüber loyal waren und seither tobt dort ein unerbittlicher Krieg. Point Dexters Partisanenranger glauben offensichtlich, dass am Ende der Süden wieder auferstehen wird, auch wenn das längst als eine Lebensspanne dauert. Point Dexters Partisanenranger Point Dexters Partisanenranger Das ist so witzig. Ich bin begeistert, wenn wir nicht in meinem Teil hier drin bleiben. Nein. Nein. Oh. Oh, wie viele sind es denn noch? Oh, sind gerade anstrengend. Nacken, nacken. Und bleibt drin. So. Und bleibt drin da drinnen. Danke sehr. Okay, das soll man sein. Ein paar hätte man fast nicht gemerkt. Ach Gott. So, nachdem wir jetzt ja alles kurz und klein gehauen haben. Wir haben noch einen Unionsgeist. Hatten wir den? Ja, hatten wir auch wohl. Oh, wir haben Geld. Das ist gut. Geld heißt, wir können uns Sachen kaufen. Ich entweder nicht gesehen habe. Okay, können wir uns zwei Sachen nicht kaufen, weil die zu teuer sind. Na dann, gehen wir nach Ägypten, würde ich sagen. Auf, auf. Das kann ja nur sehr, 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 sehr schief gehen. Ich sehe euch auf die Kameras. Keine Ahnung von Elissa oder ihr kidnappern. In den 1900s, das Museum wurde durch eine Board of Trustees geschaffen. Powerful guys. Tycoons. Captains of Industrie. The chairman of the board was Cornelius Wellesley of International Steel. The board used the museum as a respectable front for all kinds of dubious activities. Mainly though, they were part of a club run by our favorite evil architect. They hired women from the St. Nicholas Rehabilitation Mission for Wayward Angels. Rumor has it, the board conducted all kinds of nasty rituals using these women. Interessant. Jetzt wissen wir warum die Sand gepisst sind. Erklärt einiges. So. Ich glaube mal nicht, dass wir unser, dieses Museum jetzt noch fertig kriegen. Vielleicht doch, vielleicht nicht. Wer weiß, wer weiß. Kommt drauf an, wie viel wir jetzt noch vor uns haben. Wieso würde ich es jetzt gerne noch fertig kriegen? Das wäre zumindest praktisch. Sollte der Ladepitch um sich entscheiden, fertig zu werden. Wir müssen diesen Ladepitch finden und Alissa finden. Wir sind immer noch auf dem... Das gefällt mir gar nicht. Wir machen mal kurz sauber. Na. 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 Kicken. Arbeiten lassen kann man sauber nicht. Ich arbeite jetzt schon dran. Es dauert halt nur einen Meter, weil es halt ein paar Flecken gibt. Wir müssen mehr sind. Als nötig. Außerdem, um es sich Sachen kaputt zu machen. das kann wahrscheinlich st lawyer sein. Da ist noch einer. Hier ist noch einer. Danachile ist noch einer. Danachile ist auch einer. Ja, ja, Licht. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie, ob vielleicht doch noch mal einer hier bräuchte. Die Füße sind gerade fest auf den Boden geklebt. Ah, der andere kriege ich gerade nicht weg. So, zwei haben wir noch. Ups. Hier wird der Stadtkrecht nur gestellt. Keine Angst. Könntest du... Nein. So. Okay. Ah, ist doch fast wieder wie vorher. Wurde ich sagen, wie gut ist. Oh ja. Oh ja. Er macht nicht mal viel. Oh doch, er macht viel. Hupf. Keine Angst, wir kommen gleich zur Hilfe. Wir müssen nur einen Umweg finden. Dauert es eine Minute oder zwei. Ja, ist klar. Ach, verlangst du zu viel. Ich würde ihn gerne mal... Äh, nimm mal, wo stehst du denn? Ach, da. Alter, wo kommst denn du her? Du hast dich definitiv verlaufen. Muss man mal... Ja. Muss man mal sagen. Du hast dich definitiv verlaufen. Oh, Aufwertung. Haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon. Aha. Was machst du? Ich finde mir mal was gut. So. Haben wir die beiden Schwachmaten? Weg zu gehen, Greenhorn. Weg zu gehen, Greenhorn. Eins. Dann kommt Nummer zwei. Wir gehen auch noch. Rein, rein, rein. Bleib drinnen, bleib drinnen, bleib. Geh da rein. Da. Bevor? Hey, Rick. How do we get out of the Egypt exhibit? The main door is blocked uptight. The Egyptian main room? Check the west wall. There should be a door leading through to the next exhibit. Oh, my, my. I'm looking right at the west wall, and I don't see a door. Well, I'm looking right at the blueprints, and, uh... Oh, I get it. It's laver. The ghosts used their own dimensionally anomalous signatures to slightly wrinkle the time-space continuum. The door is still there. What you're seeing is a fold in reality. The ghosts remove the door from this plane of existence. All I'm seeing in the paradoxicals is a kind of glowing purple aura. No door. Well, this is an educated guess, but since the ghosts are gone, their influence is fading. The anomaly should straighten itself out. A few hours, probably. A few hours, but I've got a... Go! Wish I could help you, see. But any analysis at this point is strictly theoretical. Okay? But the biological situation I'm experiencing is not theoretical at all. I suppose in theory, mind you. Positively charged slime could dissipate the wrinkle and restore everything to its... Just slime, the damn thing? Funktioniert. Good. Thank you very much. Now let's get the hell out of here. Machen wir mal gerne. Herrlich. Na, die weg ist eigentlich. So. So, machen wir mal ein bisschen zauber. So, da können wir nicht durch. Nein. So, wir können ja auch mal wieder hier alles zauber machen. Ich will nicht wissen, wie schwer es ist, den restlichen Schleigenden, den wir hinterlassen, sauber zu kriegen. Bestimmt auch nach jedem Arbeit. Oh, was haben wir da? Kopf von Azatotep in einem Sack. Fallen, das ist in einem Sack, ist sehr wichtig. 1967 vor Christi. Dieser Steinkopf, einst Teil der gigantischen Statue des ägyptischen Gottes und Kriegers Azatotep, kann einfach niemals den Mund halten. Normalerweise atmet er zwar nur schwer und mumt unverständlich vor sich hin, doch gelegentlich flüstert er ganz deutlich ein Rätsel, das den Verstand völlig zerruttet und in den Vase treibt. Und so hat er schon mehr als nur einen unglücklichen Zuhörer ins Irrenhaus gebracht. Ein Glück ist da in einer Tüte. Ach nee. Jo, kann mir noch irgendwas? Nein? Okay.